Tag, Tap Tap Heroes, Montag ist es, ja, 17.30 Uhr erst, aber ich habe ja verpasst, dass die Zeitumstellung da nicht gegolten hat für den China-Server. Darum schauen wir uns mal an, was für den Freitag erstmal ansteht, nämlich wieder Wunderbaum-Event mit den üblichen Sachen und wie angekündigt, Leo. Ja, wer ihn braucht, kann ihn ziehen, ich selbst setze aus, Lexa ist dann hier bei der Heroic Rune dabei. Droh und Mars sind extra im Seelenshop mit drin, ja, das als Info, beide jetzt nicht gerade so lohnenswert, aber wer unbedingt die Kopien haben möchte, um halt seine Helden ein bisschen zu sammeln, der kann das dann durchaus mal tun. So, dann gucken wir noch auf die Folgewoche, da hätten wir einmal, ja, das Übliche, ne, Beschwörung und der neue Held, der Panda, ne, in der Kiste. Wer also gut Kies gespart hat, kann ordentlich was ziehen, äh, ich persönlich mach's nicht, ja, also ihr werdet von mir weiterhin keine Kiepuls kriegen, ich spare auf spezielle Helden, also wird noch was gesammelt. So, das war's auch dann eigentlich schon wieder, ganz kurz knackig, ich glaub, die Artefakte sind nach wie vor nicht überholt worden, ich werd mal ganz kurz hier bei meinem Ragnarok gucken, was ich hab, nein, die Werte sind dieselben, hat sich nichts verändert, also müssen wir auch da weiter uns in Geduld üben. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, wir sehen uns dann am Freitag trotzdem bei Wunderbaum, ich werd auf dem One Piece Server eventuell pullen, dann könnt ihr euch die 100 pulls reinziehen, bis dahin, Tudalü!